Musik Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zu Slender in Minecraft und jetzt geht es auch schon los. Wow, ich spiele es jetzt die zweite Runde und ich bin schon ganz aufgeregt, denn es ist nicht so wie es aussieht. Sondern es ist viel härter, wobei es sieht auch relativ hart aus. Aber ich hoffe, ich werde mich nicht zu sehr erschrecken. Wie gesagt, es gibt hier einen Slender und dieser Slender, der ist gefährlich und wir müssen irgendwie die Seiten finden, so wie man es vom richtigen Slender einfach gewohnt ist. Und wir befinden uns hier in einer Welt und... Wow, eine Seite wurde gefunden. Wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam sein. Wo werden sie sich aufhalten? Wow. Also diese Seiten, das sind so Papiere. Puh. Ich gehe hier irgendwo dran. Okay. Anscheinend gerade eine Seite, glaube ich. Es ist komplett neu erschienen, dieses Slender in Minecraft. Ich packe euch die IP des Servers unten in die Videobeschreibung. Und ich rede auch schon ein bisschen. Die Sorge! Oh, oh, oh! In die Ecke! Oh! Unser Licht ist ausgegangen! Ich sehe nichts mehr! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh! Jetzt ist das Licht wieder da. Oh! Das sind die Momente... Wow! Wow! Oh mein Gott! Vielleicht hier irgendwo an diesen Holzstämmen ein weißer Zettel? Nein, scheint aber nicht so. Aber den Slender sehe ich gerade wirklich. Da sind Zettel. Oh, das wurde ziemlich hell. Ich glaube, der hat uns da gerade gesehen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Seite gefunden. Wo treibt sich der Slender rum? Und wird er uns jemals finden? Oh, scheiße. Die nächste Seite gefunden. Wir haben jetzt sechs Seiten. Wie viele werden wir bekommen? Und werden wir das gewinnen? Das sind die Fragen... Wow! Oh! Das sind die... ...sehr, sehr schrecklichen Momente. Wow! 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 Ich glaube, da war er! Da ist er! Nein! 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 Weg! Sprinte! Wo sind meine Mitmenschen? Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Wie kann ich weg? Ich muss irgendwie weg. Wow! Da ist er! Da ist er! Scheiße! Scheiße! Wow! Wow! Oh mein Gott! Nein! Der ist hinter mir! Der ist hinter mir! Wo laufe ich hier lang? Einfach mal hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wieder hoch. Vielleicht damit den ja jetzt verarscht. Ne, der ist über mir. Scheiße! Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Ich sehe gar nichts mehr. Oh! Einfach hier in die Ecke. Wir haben elf Seiten. Oh! Ich bin hier unten. Und da ist der Slender. Nein! Wir werden sterben. Nein! Wir sind tot. Wir sind tot. Oh! Nein! Wir sind tot. Ja, Leute. Ihr habt es gesehen. Das ist Slender in Minecraft. Das war eine relativ kurze Runde. Normal gehen die länger. Aber ich bin, wie gesagt, schon gestorben. Aber es ist ein wirklich geiles Spielprinzip. Aber auch stark für die Nerven. Und hier ist der Slender. Hier könnt ihr doch mal gucken, wie er seinen Job macht. Seinen Job leider macht. Wow! Mein Herz. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge einfach wieder. Aber wir beobachten jetzt noch einmal ganz kurz den Slender. Oh mein Gott. Es ist halt ein Enderman, der halt sehr, sehr schnell läuft. Man muss halt in eurer Nähe kommen. Und schon seid ihr einer von den Slendern. Oh, oh. Jetzt hat er ein Problem. Und da seht ihr, wie er einen tötet. Ja. Wieder wohl killen. Ja. Er ist da. Tja. Aber 14 Seiten. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Naja, Leute. Was soll's. Wir geben mal Slash-Up ein. Und jetzt sehen wir hier die Lobby. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oh, mein Herz ist immer noch kurz vorm Stillstehen. Aber kurz vorm Herzstillstand. Das ist der schöne Survey. Gibt's auch noch mehr Möglichkeiten. Kann man noch einiges auswählen. Und das ist wirklich komplett neu. Gestern war die Eröffnung. Also, haut da rein, Leute. Ciao. Ciao.